Hi, mein Name ist Ingo Kantorek. Willkommen bei Stichpunkt TV 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Online. High Heels oder Sneakers? High Heels. Dein Lieblingsessen? Nudeln. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Nichts. Morgens im Bad brauche ich? Halbe Stunde, Stunde. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Musik. Facebook oder Instagram? Äh, Ernster. Lieber für immer taub oder stumm? Boah, stumm. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? Köln 50667. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Wahnsinnig. Bist du eher Tag oder Nacht? Nacht. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern bist? Äh, Whiskey Ginger Hill. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Die von meiner Frau. Mit wem würdest du dich niemals betrinken wollen? Wüsste ich nicht. Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Wasser. Wie meldest du dich am Telefon? Kantorek. Würdest du lieber wissen, wann oder wo du stirbst? Wo. Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Motorräder. Was hast du als letztes geklaut? Ich weiß nicht. Lieber große oder kleine Brüste? Groß. Deine Lieblings-App? Boah, meine Lieblings-App? Angry Birds. Das Schlimmste, was zur Zeit im TV läuft? Das Schlimmste, was zur Zeit im TV läuft? Bis zum nächsten Mal.